Was sind eure Befehle? Befehle? Sollen wir den Angriff abbrechen? Um uns wieder zu sammeln? Den Angriff abbrechen? Wir haben bereits beträchtliche Verluste erledigt. Möglicherweise wäre es unter diesen Umständen besser, wenn wir uns erst... Ah! Alles in meinem Leben, alles in eurem Leben hat uns hierher gebracht. Ihr könnt nirgendwo sonst sein, nur hier. Nirgendwo sonst lebt ihr, nirgendwo sonst sterbt ihr. Wir sind jetzt hier und nur das ist von Bedeutung. Also fasst Mut und vereint eure Kräfte und eure Leidenschaft zu einer ehrenden Faust. Denn wir greifen sie an, wieder und wieder. Solange bis wir ihren König bezwingen oder im Kampf sterben. Ja, ja, wir kriegen auch an. Angriff, Angriff, Angriff! Stoßt in die Hörer, schnappt die Frömmel und sein Körper, denn es gibt keinen zurück. Es gibt nur siegen oder sterben! Was wird er nun tun? Er tut das, was er immer tut. Angreifen!